Musik 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 Also ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen könnte Ich habe ja die ausgewählt Unsere Dämonen Lass jetzt einfach mal die Zeit runterrasseln Der kämpft denn zuerst ich oder? Ah laか mal die kameran Musik Heißt aber, die kommen gleich hier durchmarschiert, oder? WB, glaube ich. Boah, also das Spiel ist schon mal krass. Aber so ein Game, da muss man sich wieder so ein bisschen reinfuchsen, ne? So, darf ich jetzt angreifen, oder nicht? Weil eigentlich müsste ja aus meiner Kaserne jetzt die Dämonen rauskommen. Aber erst wahrscheinlich in der nächsten Runde. Wir sind durch. Hä? Was? Also, es hat sich als erfolgreich erwiesen, erst einen Feind zu fokussieren und dessen größte Schwäche auszunutzen. Haltet euch nicht zurück. Also, ich habe mich eigentlich mittig gehalten. Eigentlich. Einmal nutzbar. Das ist halt witzig. Ich weiß nicht, wer als zuerst angreift. Oder ob beide gleichzeitig angreifen. Kampfbeginn? Warum? Halt, stopp! Okay, es treffen beide gleichzeitig an. Noch besser eine Doppelmauer. Wir legen immer pro Bau ein bisschen Zeit. So, was haben wir denn hier? Jetzt habe ich da mir keinen Platz gelassen, ne? Ach, ist auch wieder eine Kaserne. Okay. Setzen wir mal da hin und nehmen... Oh, Glockendämonen. 500. Das müssen wir auf jeden Fall halten. Ach, Mana ist... Ne, Mana ist nicht alle. Klappt doch die Karte auf. Macht er nicht mehr. Ja, schade. Ich wollte eigentlich da noch so Angriffstürme hinpacken, aber... Spiel sagt nein. Kann man das auch drehen? Üh! Upsa. Können wir mal töten? Jetzt sofort? Okay. Schicke ich jetzt meine Einheiten auch los? Jawoll! Oh, oh, da ist nicht gut. Oh, die sind schnell tot. Arme Dämonen. Die halten wir aufig. Hey, das vorher gewusst hat, die nicht meine Angriffe verballert hier unten bei mir. Oh. Und mein Türmchen los. Kaputt? 22 Mana, warum kann ich denn nichts machen? Neue Runde. Hier haben wir keinen Schaden gemacht. Aber ist ja egal. Die bauen ja auch wieder alles neu auf, ne? Es ist schade, dass man nicht so den Weg vorgeben kann. Halt! Stopp! Ich bin doch gar nicht so weit. Greifen die schon wieder direkt an, ey. Okay, die Glockendämone greifen jetzt an. Was ist das denn hier? Läuterung? Oh. Jetzt haben wir den Kristallbrecher wieder. Okay. Also abwehren werden wir die auf jeden Fall. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Angriff. Ist das nicht mal ein Angriff? Oh, wir greifen hier an. Stopp! Stopp, 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 stopp. Wir hauen hier einmal quer durch, würde ich sagen. Komm, mach jetzt die Mauern kaputt. Ich hätte lieber die nächste Mauer einreißen sollen und die Gebäude. Oh. Aber macht die Waldgeister platt. Ist halt schade, dass man nicht so wirklich noch mal eingehen kann auf den Kampf, ne? Gut, wenn Zeit rum ist, ist rum. Hm, okay. So. Jetzt krieg ich wahrscheinlich wieder diesen Gegner. Noble Dämoner kann ja gar nichts, ey. Okay. Oh, das ist ein unheiliger Pakt. Sieht gut an. Ja, toll. Das ist ja mal... Das ist ja mal... Ich glaube, dass man es nicht drehen kann. Oder hier im Baum wäre auch cool. Wird sofort fallen wahrscheinlich. Ähm... Ja, das ist schwachsinnig. So gerade Gebäude, die... Ja, das ist schwachsinnig. So gerade Gebäude, die... Jetzt könnten wir noch eine Kaserne... Das ist ja irgendwie schaffen, noch mehr Einheiten zu bilden, oder? Also ich schicke jetzt auf beiden Seiten 5000, oder was? Ja, dann... Ja, dann... Ja, dann... So. geht doch da rein ist doch offen die lassen sich lieber zernmetzeln hier kann doch zerschmettern ich glaube es helfen hilft unseren anhalten nicht mehr oder also kommen jetzt kotze her und dem hier Jetzt kommen meine Glockendämonen. Ich habe auch nur 16 Sekunden Zeit. Sieht es denn eigentlich bei uns aus? Oh, ja, okay. Ich hätte sie wahrscheinlich früher schicken müssen, aber egal. Ich werde sie nicht mehr schicken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020